Also Menschen, die nicht recherchieren, wie wir das machen, die werden dumm gehalten und glauben das, was die Regierung uns vorgibt und begeben sich in die Angst, die die Regierung mit uns veranstaltet. Und Angst senkt das Immunsystem. Ja, das ist eine reine Panikmache. Also ich sehe da überhaupt keine Gefahr. Ich kenne keine Kranken mehr. Die Verantwortungslosigkeit einiger weniger ist ein Risiko für uns alle. Wenn wir jetzt nicht besonders vorsichtig sind, dann gefährden wir die Gesundheit vieler. Und wir gefährden darüber hinaus die Erholung unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft, unseres Kulturlebens.